Lieber Dominik, da du so viele sprachen kannst und damit man dich und deine Faszination nachvollziehen kann, würdest du uns auf all die Sprachen, die du kannst, den folgenden Satz sagen, dass Frieden ist das, was man innen spürt und nach außen trägt. Und man lernt nie aus. Vielen Dank dir. Frieden ist das, was du im Inneren spürst, aber nach außen trägt. Tchegue Jutze, Shishamais. No, ja dumaeuschtou mir etta tchustwa. Saav dir que tout le monde le possède all'interieur. Asse o marche atterraktsarir, limco etse. Ve sonra ailem lerebis olacak. Pas, yanichi, manzuran iniki, vai para morikaleb besukirate. Lekin, kalbik, yelta kalm, lukatan wahidatan fakat. Yani, piar ki baasha. Taniyavad, thank you for listening to my words. Magtum anzees inna lior. Ciao a tutti. Magtum anzees inna lior. Vielen Dank.